Dafür kriegen wir jede Menge neues Gefolge. Aber ja, wir haben ja schon ein Level-Up gemacht, seitdem wir hier sind. Und ja, da oben sind Knochen-Türme. Sind auf Feinde gestoßen! Achtung! Auf meinem Befehl! Feindkontakt! Kämpft! Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht! Sie sind hier! Sind auf Feinde gestoßen! So, die Türme weg, dann sollte das Tor auch aufgehen. Verstärkt die Verteidigung! Bleibt standhaft! Achtung! Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Einsatzbereit! Vorsicht! Sie sind hier! Sie schlagen zu! Verstärkt die Verteidigung! So, das Tor ist aufgegangen. Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Auf meinem Zeichen! Gebt das Zeichen! Bleibt standhaft! Sie schlagen zu! Ja gut, so kriegt man auch eine kleine Armee zusammen. Achtung! Vorsicht! Sie sind hier! Verteidigte euch! Sind auf Feinde gestoßen! Okay, da ist das auf dem Fall eine Turm. Zeit zu sterben! Feindkontakt! Feindkontakt! Gebt das Zeichen! Hier! Auf mein Kommando! Und ja, wir sind bei 27 Mounswettern mittlerweile. Vorsicht! Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht! Sie sind hier! Verteidigt euch! Hm. Da unten ist auch noch ein Lager. Vorsicht! Sie sind hier! Ja! Sie schlagen zu! Da! Teufelei! Seine Seele dient nun dem Grabräuber! Bleibt standhaft! Dem Grabräuber. Das ist, glaube ich, die falsche Übersetzung. Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Verstärkt die Verteidigung! Feindkontakt! Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht! Sie sind hier! Ah, zum Glück kann das Spiegel in beide Richtungen geführt werden. Vorsicht! Sie sind hier! So, ein paar Zauber. Sind auf Feinde gestoßen! Jawohl! Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Bleibt standhaft! Also jeder meiner Leute, der fällt mit dem Untruder Hortenswitter, aber jeder Untruder Hortenswitter, der fällt, wird wieder einer meiner Leute. Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht! Sie sind hier! Feindkontakt! Gebt das Zeichen! Verstärkt die Verteidigung! Verstärkt die Verteidigung! Sind auf Feinde gestoßen! Patzer, das Schattenklinge und eine Feuerklinge. Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Bleibt standhaft! Erwarte euer Kommando! Feindkontakt! Akt! Da hat gerade der Sound gepackt! Siebentüter Armbrust! Erwarte euer Kommando! So, 32 Leutchen! Ja! Oh, er flieht! Da! Der Anführer flieht! Haltet sie auf! Ihr Fleisch soll euch gehören! Den hol ich mir! Wartet! Hier! Dieser Untote trägt ein Buch bei sich! Ich erkenne den Einband! Es ist eines von Darius' Büchern! Aber dieser Tote! Ist nicht Darius, richtig! Die Kreatur muss das Buch irgendwo gefunden haben! Die Seiten sind voller Blut! Man kann kaum noch etwas lesen! Hier! Da kann man etwas entziffern! Vierter Tag des Herbstfalls! Ich habe das Grab gefunden! Es ist so, wie ich vermutet habe! Jemand hat die Überreste der Zirkelmagierin Jana freigelegt und fortgeschleppt! Wie bei den anderen Zweigräbern! Und wieder hat er einen Wächter zurückgelassen! Und wieder hat er einen Wächter zurückgelassen! Sechster Herbstfall! Es muss wieder der Maskierte gewesen sein! Seine Handschrift ist unverkennbar! Siebter Herbstfall! Hier erfahre ich nichts mehr! Ich habe nach Urias geschickt und sogar unserem alten Freund eine Nachricht gesendet! Aber ich kann hier nicht länger ausharren! Ich werde nach Empyria weiterziehen! Die Frau unter dem Baum muss mir helfen! Ihre Vögel werden den Maskierten für mich finden! Ich werde dieses Buch einem braven Fischer geben! Er soll meinen Freunden berichten, was sich zugetragen hat! Freunde, ich hoffe, euch erreicht diese Schrift! Folgt mir nach Empyria! Sucht nach der Frau unter dem Baum! Empyria! Die Goldene Stadt! Einst die Hauptstadt des alten Imperiums auf Xuxu! Wir müssen weiter nach Süden! Durch das Portal! Gut! Folgen wir der Kreatur! Ja, ein armer, braver Fischer ist hier gestorben! Oh, Erfahrungspunkte! Oh, nicht wenige! Sturmklinge! Ein Exekutor! Ein Exekutor mal wieder! Gut, kein Weg zum Heldenmonument! Ich habe auch nicht hier zufällig ein Heldenmonument übersehen! Nee! Dass hier noch zwei Seelenfelsen so auf einem Haufen sind! Oh, Heldenmonument! Und die Kiste da leuchtet... Und die Kiste da leuchtet... ...recht hell! Zone der Heilung... Ogen... Alles nur ein strahlender Kettenpanzer... ja portal zu onyx bucht erwarte befehle verstanden augen offen halten das das ist fertig befehle so auch hatte heilung anwerfen verstanden alles klar vorsicht sie sind hier stehe bereit ein kontakt schlagt sie zurück vorsicht sie sind hier sie schlagen zu zu euren dienst hier sofort schnell also ja das war interessant die kiste für die rune ein kontakt ist geflohen weiter durch das portal stehe bereit freundliche arm griffen sind auf feinde gestoßen vorsicht sie sind hier haltet durch männer was wünscht die rune freundliche arm griffen sie schlagen zu verstärkt die verteidigung die rune befiehlt also das geht das stärkste hier und es gibt deswegen einsatzbereit sind auf feinde gestoßen stehe bereit sie sind überall verstärkt die verteidigung erwarte euer kommando haltet durch männer bleibt standhaft ein bisschen fokus feuer auf den legionär sie sind überall sie sind hier haltet durch männer zu euren diensten verstärkt die verteidigung so erwarte euer kommando zu befehl gut hier sind noch zwei kisten und dann haben wir schon die erste map hinter uns ich kann gleich schon mal voran merken oh klingelt es bräuchlos ähm ja dass diese karte hier eigentlich exklusiv für den imperiale rüstung ist auch nicht schlecht also die karte hier ist eigentlich das startgebiet für den träger des phönix bereit für den kampf marschbefehl so euch schicken wir mal zurück ins lager dann seid ihr am besten aufgehoben während wir hier gucken ob noch irgendwas ist die ruhe wird sofort ausgeführt unsere heroes